Ich bin Jan Mangelsen, ich vermiete die Strandkörbe hier in Kampen an der Sturmhaube. Ja, und ich wollte mal ein paar Handgriffe zeigen, wie man das einfacher handhaben kann hier am Strand, dass das auch für uns eine Hilfe ist. Ich fange mal an mit diesem Korb. Ich komme morgens an den Strand und der steht offen. Und wir haben Westwind, heute nicht so viel Wind. Aber wenn wir jetzt mehr Wind hätten, dann würde der Korb einfach voll Sand schlagen. Und dann müsste ich morgens erstmal wieder so 10 Minuten alles rausfliegen. Das ist für alle dann irgendwie blöd. Deshalb abends oder nachmittags Spänke rein. Dann steck mal ein bisschen rein und ich steck die Haube auf. Das ist jetzt das Wichtigste, dass man den Korb dreht. Und es hat auch noch den Vorteil, die Möwen können ihre kleine Post da nicht reinlegen. Das sind so weiße Briefe. Ja, und das ist das Strandkorb ABC. Vielen Dank. Vielen Dank.